Guten Abend meine Damen, Herren und Dinge. Guten Abend Xion. Hi Sepp. Wie geht's euch? Achtung, nicht erschrecken. Bäh. Meine Haare hinten sind scheiße. Egal. Heute wieder Flieschen in Bäume. Simulation. Also wir tun so als ob. Ich hab noch nicht geguckt was für Schlachten da sind. Haben die wirklich... Ah, anhaltende Konfrontation. Ich dachte schon. Boah. Normalerweise steht ja hier auch Endurance, aber die ist irgendwie weg. Aber hier hat sie anhaltende Konfrontation. Sehr schön. Ich dachte schon. Das ist mir zu hoch. 3, 3, 2, 2, 2. 2. Läuft seit... Hat vor 2 Stunden begonnen. Der Text ist noch... Danke, 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 danke. Natürlich geht es dir gut, du hast schon noch Schulferien. Glaube ich, oder? Und Stream. Läuft seit einer Stunde. Läuft seit einer Stunde, zwei Stunden. Irgendwie ist die Uhrzeit blöd, kann das sein? Ich würde sagen, ich probiere es einfach mal da. Eine Kante im Kopf. Jetzt nicht mehr, oder? Geht das... Ich habe hier ein bisschen grün. Ich habe hier zwei LED-Scheinwerfer, die mich anstrahlen mit geradem Licht. Auf dem grünen hinter mir gibt es eigentlich keine Schatten mehr. Ich habe sogar noch Licht von oben. Ich weiß es nicht. Ich bin zu dumm dafür. Na ja, gucken wir mal, ob die Kante wieder auftaucht. Wenn jemand mitfliegen will, nachher jetzt gleich einfach Bescheid sagen. Wie immer. Äh. Alles offen. Streaming heute so circa bis um acht. Guten Abend, Atze. Wieso sehe ich die gegnerischen Flughäfen nicht? Egal. Da ist eine Bodenschlacht, da greifen wir doch glatt mal mit dem Bomber ein, dass wir die Dinger auch mal fliegen. Ähm. Ich habe wieder das Dillard gehört. Das gefällt nicht. Warum höre ich wieder Dillard? Und die Maus hängt. Ach. Was ist das? Moment. Ich habe einen Verdacht. Ich habe einen Verdacht, dass es meine Oculus ist. Meine neue. Weil da das HDMI-Kabel ein bisschen... Nein, ist es nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwas macht hier Dillard. Und nur bei diesem Spiel. Hallo, Mary. Wie ist das Salz? Ihr habt es ja gelesen, Bäume gibt es nicht. Es gibt keine Bäume. Nach Rimwirt war das Salz groß. Hast du wieder gestreamt, wo ich nicht da war? Das machst du doch mit Absicht, oder? Huch. Oh. Könntest du bitte steigen? Steigen. Steigen. Da kommen Bäume. Da fliegt schon ein Punkt. Ich hoffe, es ist ein freundlicher Punkt. Was sind Bäume genau? Das frage ich mich auch ständig, was Bäume eigentlich sind. Hier ist ein Wald und das sieht man vor lauter Bäumen nicht. Da gebe ich Obelix recht, da sieht man vor lauter Bäumen die Wildschweine im Wald, nicht? Das ist grausam. Das ist grausam. Einfach nur im Weg stehen. Freundliche Punkte. Jippie. Ich hoffe es auch mal. Wie lief es denn bei Wimwirt? Wenn es gesalzen war, dann ist wahrscheinlich wieder nach 5 Sekunden alles abgebrannt. Hätte ich so nie im Chat geschrieben bei dir. Könnt ihr die Kiste auch mal steigen? Da kommen wieder Bäume. Ich war irgendwie dabei. Das ist schön. Menschenfressende. Es waren sicherlich welche aus dem Norden. Okay. Gute Runde. Gute Runde heißt bei Wimwirt, kann ich bestätigen, man kann weiterspielen. Man hat mindestens noch einen, der am Leben ist. Mindestens. Da sind noch mehr Punkte. Passt eigentlich von der Lautstärke her. Musik ist aus. Ich dachte mir, bei dem Spiel könnt ihr selber, wenn ihr wollt, Musik dahinter legen. Je nach Fasson. Ich muss die Motorgeräusche hören. Manche Bäume kann man glaube ich sogar essen. Also zum Beispiel Zimt ist ja, soweit ich weiß, Rinde, oder? Zimt. Kann mich auch täuschen. Oder Aspirin wird ja auch, gut, das sollten wir jetzt nicht in Unmengen essen, aber wurde ja ursprünglich glaube ich auch mal aus Irgendeine Rinde. Wahrscheinlich ein Aspirinbaum. Oder so. Ich habe gleich was am Arsch. Ich habe gleich was am Arsch. Ich habe gleich was am Arsch. Okay, alles freundliche Punkte, das ist schön. Und ich habe jetzt hier die tolle Aufgabe, hier irgendwas zu erkennen. Ja, die liebe Xion hat auch das Stream angefangen. Also schön vorbeischauen. Ich erkenne nix. Hier müssten doch jetzt irgendwo Ziele sein. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Wahrscheinlich sind die irgendwo im Wald. Oh, da schießt's, da schießt's, da schießt's, da schießt's, da schießt's. Ah, da ist ein Bunker, da ist ein Bunker. Den Bunker habe ich gesehen. Und... Ein bisschen Stuka-Unlike, aber... Haubitze? Gut, da stand wohl auch noch eine Haubitze rum. Am Montag... 17.00 bis 19.30 Uhr. Das könnte passen, weil 19.30 Uhr müsste ich dann gehen, weil da habe ich Training. Da gucke ich dann rein. Brauche Deckung. Gut, ein paar Bäume haben wir getötet. Das muss extra Punkte geben. Ähm... Aber ansonsten sehe ich hier eigentlich... Ach, da hat's geschossen. Am Waldesrand. Ach, aus dem Wald raus. Ein Bunker, da brauche ich das gar nicht weiter schießen. 20.30 Uhr ist jetzt Kino. Welcher Film denn? Ist eigentlich der Bulli-Parade der Film schon draußen? Nur so am Rande. Ja, noch ein Bunker. Mit Bunkern kann ich nichts machen. Michse brauchen Haubitzen. Ich gehe mal ein bisschen hoch, weil... Der hat sicherlich einen Bombenteppich gelegt. Ja, denn er ist ja nicht weg, da ist egal. Gut. Roger. Digim!* ... da ist nichts so viele rote punkte und keins davon ist noch ein bisschen was ab morgen ok baby treiber da sagt uns gar nichts gut ich bin nicht mehr der kinogänger wie früher gibt einfach zu viele punkte sind alles punkte zurück noch zwei tage arbeiten da habe ich endlich urlaub das heißt es wird mehr streams geben allerdings und längere allerdings nicht gleich in der ersten woche ob ich von sonntag auf montag streame weiß ich noch nicht das müssen wir mal gucken weil die meisten meiner kumpels müssen montag arbeiten die da sind der rest ist irgendwo in der karibik im urlaub oder in serbien oder in kroatien oder wo man sonst halt gerade so hinfliegt könntest du bitte die nase unten halten du schönes ding ne p 400 wenn das war er darauf bezogen dass wenn die da sind und lust haben und nicht arbeiten müssen werde ich den abend im bars verbringen weil am montag ist mein geburtstag da wird's hörnchen 37 von auto schreck sie hörst du auf dass die immer so bocken müssen ja ja das war das kann aber der hat es auch gut gemacht die stücke auch im zweiten weltkrieg selber das original wurde gegen ende des krieges wirklich vom himmel geholt einfach zu schwach gepanzert ach die p400 ist runter okay ich sagte ja wenn sich nicht auf welche melden die da sind dann wahrscheinlich rein streamen ansonsten bin ich in irgendeiner bar aber das ist das schöne und das je nachdem wie man sieht also geburtstags feiern geburtstag wo fliege ich denn hin wo ist da hin wo ist da hin ich bin nicht so der wo geburtstage groß feiert mag wahrscheinlich auch mit daran hängen dass der geburtstag in sommerferien dazu geführt hat dass in regel die meisten irgendwo im urlaub sind da habe ich meistens nachgefeiert irgendwann ist man halt abends ausgegangen hat eine runde ausgegeben und gut war's zum wohl du brauchst du sind gründen um bier trinken zu können das war mir schon klar da fährt mal ein wenn du vorhin minecraft gesagt hast ich muss nach meinem minecraft server am wochenden gucken danke für den haust willkommen im stream doch gerade ich wo werde ich hier links oder rechts überholt danke ria danke 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 alles was da ist das ist mir klar das ist mir absolut klar barriere immer wieder gerne reinschauen vor allem wenn ihr an zeichnen interessiert seit ich bin ja in der hinsicht er war unkreativ möchte ich mal höflich formulieren unbegabt ist der bessere ausdruck glaube ich ich komme nicht hinterher ist kurz das könnte auch eine bf sein man weiß es nicht skunk 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 und schunk und und sondern und du bist du Ich setze voll daneben. 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 Oh, da sind zwei. Na toll, da sind zwei. Oh, da sind zwei. Danke, 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 such dir ein Baum noch. Am besten eins, in das ich nicht reinfliege. Du weißt ja, so Einflugschneisen oder so am Straßenrand, ganz arg schickt bei mir, ganz arg schickt bei mir. Danke, 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 danke. Das waren gerade einfach zu viele. Ich hätte früher rennen sollen. Als ich gemerkt habe, dass sie eine Bombe erledigt haben, hätte ich rennen sollen. Das war mein Fehler. Ich muss aber schon mal hoch, weil... Hallo, Sensenmann TV, willkommen, willkommen. Ähm... Ähm... Apache-Kampfabschrei... Ja... Nein. Träiges Flugzeug, ja, leider. Ich kann momentan, das ist... Ich... Telefon macht, ja... Es ist, äh... Ja, wie gesagt, willkommen nach... Der Chat... Entschuldigung, der Twitch-Chat... Ich bin doch ganz verwirrt, dass Mary mir echt... Also, danke nochmal, Mary. Und wie ihr seht, ich kann hier kein anderes als den Italiener. Und die Amis fliegen als Rotte, das wird salzig. Es wird salzig werden, es wird verdammt salzig werden. Baumbüder und Punktlandung unter seinem Twitter. Ja, danke. Wir haben ja jetzt... Du siehst ja die Definition von Punktlandung. Und Punktlandung ist im Baum landen. Habe ich jetzt nicht geschafft. Ich bin abgeschossen worden. Äh... Wenn jemand mitspielen will, einfach Bescheid sagen. Beziehungsweise, ihr seht ja, glaube ich... Da oben. Anhaltende Konfrontation. Ardennen. Äh... Rung 2... Rung 2. Joint einfach dazu. Äh... Streamsnipern braucht er nicht, erwischt mich auch so. Einfach. Also, das ist ja kein Problem, mich einfach zu erwischen. Äh... Sensenmann TV. Ja. So grob. So ganz grob. Du bekommst einen neuen Rechner? Das ist schön. Fliegt der mir jetzt hinterher, oder nicht? Oh, da geradeaus, da geradeaus, da geradeaus. Und ich habe die Erfahrung gemacht, du solltest mit Italiener uns gar nicht hochfliegen. Das ist so meine Erfahrung. Mit dem Italiener unten bleiben. Steigen... Boom und Zoom bringt mit dem Italiener nix. Das war jetzt einfach mal blind reingeschossen. Das war jetzt nicht so. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Scheiße, ich bin am Arsch. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ich bin am Arsch. Wo ist er? Hinter mir. Das war klar. Zappeln nicht so. Diese Kiste. Ich könnte mal hier Hilfe gebrauchen, hier. Könnte schon mal den Arsch, der mir am... Okay. Aber da war uns weiter. So weit bin ich noch nicht. Ich spiele zwar Simulation, aber mein höchstes Flugzeug hat, glaube ich, Battle Rang 3,2. Was ist... Ich möchte... Äh, der Bock. Könnte ich auch mal bitte irgendwas treffen? Sind die Schüsse gerade durch den durchgegangen oder war beim MG einfach langweilig? Die He-100 muss man allerdings auch sagen, die ist noch bockiger. Wo ist er jetzt? Ja, der ist doch gerade durch meine Schüsse durchgeflogen, dieser, oder? Hä? Hat er die Biege gemacht? Also entweder habe ich noch einen anderen am Arsch oder es ist der Punkt da vorne. Aber die Fury ist doch... Das ist doch ein Ami und kein Italiener, oder? Oder welche Fury meinst du gerade? Ich bin... Der Fury ist doch der mit den Dingswings, oder? Und was diskutieren die Jungs da eigentlich? Können die auch mal kämpfen? Den kriege ich wahrscheinlich nicht mehr. Nee, den kriege ich nicht mit der Haut ab. Der macht heimweh. Heißt wahrscheinlich, habe ich ihn doch erwischt, aber nicht stark genug. Dann wird der Feind den Sieg davon tragen. Du brauchst zu viel Zeit, ja. Ich fliege auch bloß dumm in der Gegend übereinander und such verzweifelt einzelne Ziele, weil... Ich fliege alleine, nicht in der Rotte. Und ich weiß nicht, was es ist, aber Amis fliegen prinzipiell, oder amerikanische Flieger, habe ich nie einzeln erwischt. Da sind immer mehrere unterwegs. Das ist die Frage, ist das die Ami-Rotte, oder ist das die Ami-Rotte? Äh, gucken wir einfach mal. Da brennt was. Das ist eine Hehe. Und das sind alles Raubtiere. Das sind alles Amis. Das sind alles Amis-Scheiße. Da oben habe ich nochmal einen. Die werden gleich runter stützen. Kann es sein, dass ich hier gerade der einzige Nicht-Armee bin. Nein, auf den wird auch geschossen. Der Feind siegt. Die Kassel jetzt. Er qualmt zumindest mal. Das gibt es doch nicht. Das ist doch nicht. Vielen Dank. Ein Schuss und... Ach, Fick dich doch ins Knie. Ein Schuss und du sitzt und ich... Und ich schieße mir hier einen Wolf und treffe nichts. Was soll das? Ja, das ist verdammtes Salz. Sie können mich ja treffen, das mag ja vielleicht auch realistisch sein, aber Sie treffen prinzipiell immer den Motor. Sie treffen nicht den Flügel, immer Motor. Das nervt, weil sobald du einen Motor treffst als EGH, bist du am Arsch. Das Einzige, was du hoffen kannst, ist, irgendwie Richtung Flughafen kriechen. Es nervt einfach nur. So viele Euro habe ich nicht, Atze. So viel verdiene ich im Monat nicht. Vielleicht kriegen wir noch eine Bruchlandung hin. Dann. Copy. Was ich mich sowieso frage, warum sehen wir deren Flughäfen nicht? Normalerweise sehe ich ja die griechischen Flughäfen. Da verschieße ich meine ganze Munition und es war doch alles umsonst. Klappen fahre ich nicht aus, weil die sind hundertprozentig beschädigt. So wie die Karre jetzt schon. Also ich lenke gerade aus und ihr seht wie schräg ich mich stelle. Das wird eine heiße Landung. Ich sehe halt absolut gar nichts. Und der Italiener bockt doch sowieso schon. So kann man natürlich auch bremsen, indem man die... Ja. Hallo Shizuka. Willkommen im Stream. Wieso bin ich abgestürzt? Ich bin auf dem Flughafen. Schaut euch die Anzeige an. Ach die seht ihr gar nicht. Ich bin in der Anzeige. Egal. Da stand abgestürzt. Ich bin nicht abgestürzt. Da drei Kills. Ich lebe. Ich bin auf dem Flughafen. Was willst du mehr? Ich hoffe dir geht es besser als mir mit meinem Salz. Warum bin ich abgestürzt? Ich bin auf dem Flughafen. Verdammte Scheiße. Ich bin auf dem Flughafen. Ich bin auf dem Flughafen. Ich bin auf dem Flughafen. Gut. Versuchen wir halt doch mal Höhe zu gewinnen. Vielleicht bringt es ja doch was. Ich bin gar nicht. Ich bin nicht abgestürzt. Verdammte Mama. ich bin bei der landung abgestürzt immerhin also start ist ja auch das einfache eigentlich jetzt muss ich wirklich piepen wieder dieses bpb-bb bb bb b 7 ich hoffe ihr seid mit mehr einer meinung bei über dieses verdammte b Na komm, was bist du, was bist du, was bist du? Bist du eine He? Ne, doch, nein, hä? Und wenn ja, von was wirst du beschossen? Bestätigt! Geh herunter! Danke! Wenn ich jetzt noch wüsste, wohin ist, dann könnte ich ihm auch weiter folgen. Ich habe ihn wieder verloren. Äh, ist das mein Schweif? Ja, oder? Ja, ist meiner. Gut. Dann wäre das auch geklärt. Ja, Salz ist die neue Währung. Weißt du, Salz ist die neue Währung. Muss den bis 22 Uhr fertig haben. Verbrennt der dann so a la Mission Impossible? Diese Nachricht zerstört sich um 22 Uhr selbst. Oder ist dann Licht aus bei dir? Ja. 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 Gibt mir Desk ou! Ah, ok. Dann viel Spaß dabei. Was für ein Manga ist es denn? Das ist eine BF. Hat es da gerade auf ihn geschossen? Da hast du gerade auf ihn geschossen, oder? Das ist eine BF. Was für ein Manga ist das? Das ist eine BF. 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 Das ist ein BF-S. Das ist eine BF. Aber so oft wie die mir im Weg springen, ist es jetzt einfach schlimm. Ich glaube so eine schlechte Simulationsrunde rote ich noch nie habe. Not an checklistie. Überraschung wird noch ganz viel weg. Von den Tickets her dürfte man ungefähr gleich gut sein. Also grün und... Äh, grün. Blau und rot. Wer pflanzt Bäume so in der Einflugschneise? Das ist doch... Ich gebe wieder Sprit aus. Bitte anschnallen, wir finden uns im Landeanflug. Außentemperatur, es ist kalt. Bodenverhältnisse. Sprunghaft. Danke, dass Sie mit Hörnchen hergeflogen sind. Nehmen Sie bitte Ihre Erdnüsse beim Ausgang mit. So. Stopp. Ein Salz ist das für die Salzmus ein leichtes Gegenmittel. Bin ich eigentlich bildlich im Weg, außer den Nachrichten da unten? Nein, passt da eigentlich. So. Äh, Moment. So. Und so. Kann ich ein anderes Flugzeug fliegen? Ja, ich kann ein anderes Flugzeug fliegen. Wahrscheinlich, weil es mir vorhin das nicht als Landung anerkannt hat, musste ich jetzt diese extra Runde fliegen. Hättest du es jetzt nicht gesagt, wäre wahrscheinlich gerne auf die Idee gekommen, was ich gerade mache. Ich habe ja ein Problem. Noo! Was zum... Heilige Scheiße. Ich habe zu wenig Sprit mitgenommen. Ich habe viel zu wenig Sprit mitgenommen. Scheiße. Kann ich nochmal landen? Ne. Stimmt, Discord steht auch noch auf der Linken. Liste. Der Dinge, die ich da tun werde. Aber ich nehme an, das ist ein Freund. Aber dass die Kiste trotz der Geschwindigkeit noch nach rechts zieht, irgendwas... Ich weiß nicht, ist mein Joystick am Arsch? Ne, bei einem Trainer war es ja nach rechts, der hier zieht nach links. Ne, passt schon. So, fünf Minuten Sprit verbraten in einer Minute. Ich bin immer noch irritiert, dass ich keinen Flughafen von denen sehe. Auch von uns oben fehlen die Kreise. Feindliche Basis angreifen. Äh, da ist keine... Ach, da ist der Flughafen. Ah. Aber ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, wenn sie es nicht geändert haben... Korrigiert mich bitte, wenn sie es geändert haben. Ähm, hat es ja normalerweise oben bei den Tickern, diesem Balken, der da oben in der Mitte ist, so Kreise, die ja den Zustand der Basen symbolisiert. Und wenn ich es richtig gelesen habe, wenn kein Balken, dann kannst du die Basis nicht zerstören. So, schön. So, schön. So, so schön. So, ja. So, so schön. Da ist gerade ein Punkt drunter geflogen. Da hat es geschossen. Oder da hat was geschossen. Lass es mich so formulieren. Der müsste eigentlich unter mir sein, aber ich sehe ihn nicht. Hä? Ich bin direkt über der Schlacht. Da ist doch nichts. Doch da. Scheiße. Ich teste. Okay. Satz mit X, das war wohl nichts. Ich habe zu wenig Sprit dabei. Da sind Punkte. Ich habe zu wenig Sprit dabei. Ich habe zu wenig Sprit dabei. Ich fliege an dem... Mh... Ich stelle mich gerade an, als würde ich noch nie ins Simulationsmodus geflogen. Das ist eine Focke. Hä? Ich hasse diese Kondensstreifen, die sind immer so irritierend. Ich habe tatsächlich meine Chance verpasst, einen Abschluss heute zu kriegen. Ja... 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 Peinlich. Ich habe es verbaut. Total verbaut. Der war direkt vor mir. Ich habe das abdrücken müssen. Was mache ich? Ich fliege vorbei. Jetzt unterhalten sich die Russen darüber, wie scheiße die deutschen Flugzeuge sind. Ja... 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 Schgrade. Jas... Ja... Die Ist da irgendwo eine P47 unter mir? Weil wo sollte die Stuka sonst... Hä? Hä? Da ist nichts. Warte weh, da ist nichts. Bild... Seht ihr irgendwas? Also ich bin blind. Salvos! Zeracus! Zeracus. Willkommen im Stream. Wie geht's dir? Lange nicht gesehen, warst du wieder unterwegs. Oh, da hat was geschossen. Ah, ich seh schon. Ich bin einfach nur viel, viel zu hoch. Ich seh die einfach nicht. Amen? истор ist etwas... Vielen Dank. Hä? Ich fliege hier gerade rum wie ein Blindfisch. Ich sehe die nicht. Da. Kixi! Hallo! So... Keine Chance. Ja, genau. Wer zum Henker kann mir da... Ich bin im Steigflug und war bei 500 kmh. Wer zum Henker kann mir da folgen? Wie? Wie? Ich habe 500 kmh, gehe in Steigflug, der kommt mir hinterher. Das geht nicht. Führe Landung an! Ich stimme zu! Gehe runter! Kein BEEP amerikanisches Flugzeug in der Klasse sollte in der Lage sein, einer BF, die 500 kmh hat, im Steigflug hinterher zu fliegen. Ansonsten kann ich die BF in die Tonne schmeißen. Abgepasst, abgepasst. Der kam direkt von hinten, die Schüsse, aber wirklich 1 zu 1 von hinten und über mir war nix. Deswegen macht man ja die Taktik mit dem BF. Man geht runter und steigt hoch, wenn es verbauert ist. Ich habe es verbauert, also bin ich wieder hoch. Wenn da nicht schon oben einer mir am Arsch klebte, wie soll der mir hinterher kommen? Das geht nicht. Oder kann mir das jemand erklären? Oder kann die P39 500 kmh fliegen im Steigflug? Ich name keine P39 500 kmh auf. Ich kann das nicht. Ich habe heute Firmen in der Funktion. Und dann muss man die P40 500 kmh verhauen. Ich muss sagen, ich kann das nicht verlassen. 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 Kekse abgeben, aber Keksi, du musst dich nicht das Shizuka geben, es sei denn, du willst es. Das bleibt natürlich dir überlassen. Leinensalbus, ich werde nicht realistisch fliegen, das ist da jetzt noch viel höher. Meins. Wie fliege ich bitte schön in Angriff mit der Bf 109, wenn nicht so? Runter, schießen, leichte Kurve hoch. Gar nicht. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber... Und um was wetten wir, dass das da vorne alles Feinde sind? Ich schnapp mir jetzt einfach mal ein, das ist mir jetzt egal. Pazifistischer Flieger, einfach im Kreis fliegen. Nee, auf Microsoft Flugsimulator habe ich jetzt nicht die Lust. Das ist mir dann doch ein Tick zu... Es ist anspruchsvoll, aber... Nee, ist nicht meins. Jetzt mache ich den größten Pferd, den wir überhaupt machen können. Na komm, du musst doch irgendwas machen. Komm, komm, beweg dich, genau. Kann ich vielleicht auch mal treffen? Weil ich... ich habe eine abschusshilfe doch eine abschusshilfe wenigstens etwas und wahrscheinlich keine mund mehr naja die hälfte der mund verschossen von abschusshilfe ich habe immerhin habe ich eine abschusshilfe bekommen ja der hat gesprayt der hat gut als bombe auch das einzig richtiger oder die mussten etwas aus auf jeden Fall war es eine U natürlich geht die Luz jetzt da oben aber ich möchte wissen was das da ist äh so 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 gut gut dem wird langweilig sein der will irgendwie das so 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 und ich bin jetzt am Arsch zuwett noch eine Rundreise gemacht aber hier waren doch vorhin auch noch welche die irgendwie auf irgendwas geschossen haben so 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 das song guten abend wie geht's dir und grumpy hallihallo wie geht's euch beiden hoffe ihr habt einen guten tag gehabt ich ja ich muss nur noch morgen und übermorgen arbeiten und dann hab ich Scheiße habe ich einen Bomber verlassen und da hinten tauchen die Punkte wieder auf oder? ne oder habe ich Urlaub gut ich bin hier grad ein bisschen am salzen weil ich immer dahin fliege wo es nichts zu holen gibt oder abgeschossen werde meistens beides meistens beides ich hätte auch hinterher fliegen sollen was so 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 Hoffentlich nichts Schlimmeres. Airfield, nice airfield camping, free dump. 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 Wenn das Knie wirklich blau wird, Sepp, dann würde ich jetzt zum Arzt rennen, oder so. Sagt mir bitte nicht, dass das da hinter mir jetzt irgendwie... Nee. Na toll, nee hier. Okay. 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 Sollte ich es fliegen lassen, aber ich fliege weiter. Da habt ihr jetzt Pech, dann müsst ihr durch. Und dazu müsst ihr noch mal ein Gesalze anhören. Äh, wo sind die Landebahn. Und wir werden wahrscheinlich nicht mal genügend Punkte für ein anderes Flugzeug bekommen. Nein. Okay, die He 112 wollte wohl auch im Baum landen. Ich bin zu schnell, ich bin zu schnell. Ich glaube, der fährt sich im Ferrari einfacher. Du hast Tintenfässchen umgeschmissen. 120 Punkte. Ich muss mein Deck, glaube ich, noch einen Tick anders zusammensetzen mit dem Italiener hier, das ist grausam. Nehme ich mehr Sprit? Will's? Brauche Deckung! Warum startet von hier unten ne U? Warum startet von hier ne U? Ich fliege ihm jetzt einfach mal hinterher. Ich habe zwar keine Ahnung, was der gute Mann vorhat, aber ich fliege ihm jetzt einfach mal hinterher. Aber nicht so hoch. Das ist ne Höhe... Die macht keinen Sinn. Entweder er steigt richtig oder er lässt's. Gut, ich sollte vielleicht nicht direkt unter ihm, falls er die Bomben rauslässt. Das ist die Bomben rauslässt. Ja, ja. Ah, langsamer kann ich nicht mehr fliegen auf der Höhe. Ich nehme mal den linken Punkt. Wahrscheinlich ist sowieso wieder die falsche Entscheidung, aber ich nehme es einfach mal. Ich brauche Deckung. Fähre Landung an. Nee, der fliegt falsche Richtung. Ich muss nach oben. Da oben ist die Action momentan gewesen. Okay. Diese Beuteflugzeuge regt mich auch noch ein bisschen auf, muss ich ehrlich sagen. Warum muss ich als Ami in der Key fliegen? Mir ist auch nicht wirklich bekannt, dass im Zweiten Weltkrieg Beuteflugzeuge geflogen worden sind, weil... Also außer, um als Testzwecken rauszufinden, aber jetzt nicht im Einsatz... Ich denke mal, das wird jede Seite gemacht haben. Einfach mal zu gucken, was kann das Ding... Aber ich meine, wir haben ja hier jetzt im Spiel sogar so eine Mini-Freund-Feind-Erkennung, aber jetzt stellt euch mal vor, da... Nee. Da kannst du überhaupt nicht mehr unterscheiden. Ist überhaupt noch ein Jahr, ob da sind noch welche, aber wo? Ist es die Stuka? Genau. Okay. Und dann? Ja. 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 verzweifelte suche nach dem feind und nicht auf die bäumchen achten und nicht auf die bäumchen achten ich wollte bloß wissen nicht dass der mich gesehen hat und sich jetzt in position bringt ich werde so lachen wenn das ich werde so lachen wenn das alles deutsche sind ich werde so lachen ich werde so lachen schießt die flag auf mich oder den und ich tippe irgendwie ich ja gerade eine bäumchen und ich tippe irgendwie ich ja gerade eine bäumchen verflogen ne der ist tot das war eine a36 ok fliegt ein tick langsamer dass ich an dich rankomme schönes detail wie da der flügel noch runterfliegt ok da ist auch ein luftkampf im gange wenn wir noch rankommen dann kann ich ein bisschen schießen das war so lasst mich raten ist halt jetzt noch alles deutsche die da am himmel sind nachdem ich die kim das war so 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 natürlich sind sie das so keine action nur dummes landschaftliche artige schön attraktives wir sind hier über dem fluss und ich kann es nicht lesen der bei der stadt ich kann es auch nicht lesen liegt so jetzt das das ist so 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 natürlich ist es der kampf und spiegel trauen mich halt natürlich ist die action ist genau auf der seite wo ich gerade hoch geflogen bin trolle oder wie ja mehr wie ich so ungefähr mit dem sprit brauche ich aber nirgends mehr hinfliegen ich gehe zurück zur basis miese runde verdammt wie so ich muss wieder mehr üben das ist jetzt im prinzip die ganze woche nicht geflogen am wochenende nicht man merkt schon dass es viel übung ist um das ding halbwegs stabil zu halten um auch wieder die richtigen entscheidungen zu treffen was mich an der map immer ein bisschen aufregt man normalerweise guckst du auch immer so an der flak wo grad geschossen wird wo flak grad schießt damit du überhaupt so grob orientierung hast wo freund fein sein könnte aber auf der map schießt irgendwie gar keine flak ja außer einem punkt mit zwei strichen links und rechts erkenne ich noch nicht was du besagen könntest aber jeden fall fliegst du mir zu schnell ich brauche sprit sorry ich muss landen weil den sprit verblase ich in 200 luftkampf weil ich voll gas aufs nötigste beschränken musste ich zurückhalten ich muss jetzt nicht mehr zu stehen äh hallo oh flak schießt das meinte ich diese Signale am Himmel die habe ich ein bisschen vermisst kam dann Abschussmeldung näher wo zum hat es denn erwischt ne die Flagg schießt auch nicht mehr komisch keine Ahnung entweder habe ich die Kill Message übersehen oder er ist jetzt so im Tiefflug abgerauscht damit er nicht erwischt wird ein 7 7 8 8 9 9 10 10 das sollten wir aber gewonnen haben mein match ist in 3 minuten 30 vorbei ich habe dazu absolut gar nichts beigetragen außer dass ich jetzt die letzten paar mal nicht mehr hat mich abschießen lassen grausam einfach nur grausam wieso muss ich repariert werden ich war doch in kampfkampf wieso kommt und starten immer noch mit jetzt wobei ich nicht weiß ob das sheet sheet auf der rote balken ist deutlich kürzer aber das muss ich echt mal nachlesen ob die die feindlichen flughäfen einfach nicht zu sehen waren oder also ob das absicht ist oder ob das jetzt in dem match sozusagen gewollt oder was auch immer weil sie haben geschrieben im forum dass den simulations modus überarbeiten wollen was ich ja auch sehr hoffe also ich meine ich kann es nur immer wieder wiederholen sie sitzen auf dem goldenen ei und machen nichts damit dieser brechen es nicht mal um led zu machen sie machen gar nichts damit der modus ist bei weitem nicht perfekt aber was simulation angeht finde ich ihnen halt doch noch am spaßigsten weil für mich gehört dieses suchen halt auch mit dazu und wenn ich dann halt so dumm bin wie ich heute dann trifft man halt mal nix lasst euch jetzt bitte nicht noch drei nach lasst euch jetzt nicht noch zu viel abschießen es gehört nicht zu meinen rumreichsten matchen also das war mies es war einfach nur mies die eu haben ein bisschen weiter aber nur ein bisschen ach kein wunderbock der italiener so dann habe ich ja noch gar nix da hatte ich ja noch gar nichts und wetten es reicht nicht weil dafür habe ich keine abschüsse gemacht doch es reicht jippie 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 nächster italiener 26 treffer plus und ich habe wie viel schuss habe ich losgelassen mit der bf 190 ein treffer selbst mit der u87 mit dem automatikgeschütz mehr getroffen circa 2000 schuss verschossen und 18 treffer kein kritischen ein abschuss hilfe 5 landungen naja 8 start schlachtdauer schlachtdauer verstehe ich auch immer nicht da steht jetzt 20 aktivität 80 prozent hä ja nüste könnte ich jetzt vertragen ein paar gold ist in ordnung und diese free xp kannst du in dem spiel sowieso einen hasen geben und wir sind nicht weit weg von der bf 109 f4 ok wie schlecht da platz 9 das ist peinlich das ist peinlich schlachtprotokoll brauchen wir nicht abgeschossen ist abgestützt dieses abgestützt hier zweifle ich an ich bin zwar nicht sanft gelandet aber ich bin nicht explodiert und ich bin weitergerollt auf dem flughafen ihr habt es gesehen ich bin nicht abgestützt egal äh ja fertig so wechseln wir uns bei den italiener aus ja äh nein forschung und zwar wir haben jetzt den serie 2 serie 7 äh war ich denn bei den italienern schon ach ich bin in der serie 7 jetzt ich bin in der serie 7 hab die fertig also kommt jetzt die mc200 rein bestellen jawoll und zwar bitte hier besatzung auswählen ja besatzung schon das muss gemacht werden bevor ich es vergesse wir können ein bisschen xp verteilen reparatur rang das ist was was ich auch noch nicht ganz so verstanden habe aber eigentlich ich habe festgestellt wenn ich dann rang 2 flugzeug fliege dass ich dann eben nicht die vollen punktzahl hier bekommen lassen wir es mal offen das ist ja nicht mehr weit bis zum rang 2 lass uns mal offen beziehungsweise haben wir andere besatzungen wo ich das noch nicht gemacht habe ja und da ist es nicht doch da nicht genügend erfahrene achso das ist weil hier die bordschützen fehlen ok beim pilot habe ich alles und hier reparatur zeigte mir auch nichts obwohl das flugzeug eindeutig ne moment mal die ist rang 1 rang 2 hier die d2 muss ich gucken die d2 muss ich gucken ah hm 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 hier seit neuerstunde läuft seit 2 minuten das ist ein neuanfang 57 und 47 naja lohnt sich nicht mal nochmal einzufangen ich wollte mal AHH Ihr hört es meine stimme aber ich hatte heute langeER Sitzung im Geschäft mit viel bla bla Deswegen meine Stimme jetzt auch etwas rauer. Manche sagen sexy, ich sage einfach nur belegt. Von daher würde ich sagen, ich gucke mal, wo ich euch weiter hosten kann. Ich bedanke mich schon mal für die Hosts, für die Follows und Mary D. auch noch mal herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mitzusalzen. Und wie ich gerade im Vollbild sehe, fehlt mir wieder hier die Hälfte. In diesem tollen, tollen, tollen Ding. Und wir gehen zum lieben Pfeifechen. Lasst Käse da, bei der Pfeifechen, bei ihren Mäusen. Und ärgert sie ein bisschen von mir. Aber nur ein bisschen, sie war krank, also nur ein bisschen ärgern. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Der nächste Stream, entweder morgen oder übermorgen. Ich weiß es noch nicht. Meine Trainingszeiten könnten sich noch mal ändern. Von daher schaut einfach auf Twitter. Hier unten irgendwo, da oder da müsste der Link sein. Und wir sehen uns morgen, übermorgen. Und ab nächster Woche habe ich Urlaub. Da bin ich in Köln. Wir sollen jetzt streamen gucken.